nikolaus lieber mann komm mal schnell schnell hier in der firma an dem chef den brauchst der nix zu kaufen den kannst du verhöhnen der ist nämlich nur am jammern und am stöhnen die auftragslage wäre so schwer es käme noch kaum noch geld heran jedoch zu weihnachten kaufte er sich einen funkelnagel neuen mercedes was meinst du muss das dann sein ach ja die dritte finca in spanien hat er für seine frau zu weihnachten gedacht und dann kein geld du nikolaus das wäre doch gelacht aber wir aber wir waren brav wir waren lieb dieses gedichtlein ich dir schrieb nun pack für uns nur für uns nun schnell aus deinem sack das schrieb der lieber nikolaus das arbeiterpack